Hallo Pam, ich wünsche dir viel Erfolg im Viertelfinal, bring den Pokal nach Hause! Ciao Pam, ich hoffe alles gut bei dir, ich wünsche dir ganz viel Glück beim Spiel und hoffe bis bald, alle Gambia! Caro Pam, lieber Pam, liebe Skorpions, ich wünsche euch für morgen alles Gute, viel Erfolg und good luck für das Viertelfinalspiel gegen Kamerun! Forza, Pamadou, Forza! Hey Pam, erstmal Glückwunsch zum Viertelfinaleinzug, ich wünsche dir alles Gute, nur das Beste, gib Gas und lass mal von dir hören! Hallo Pam, ich wünsche dir viel Glück beim Viertelfinaleinzug und ich bin froh von dir, ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg am Samstag gegen Kamerun! Hallo Pam, ich bin's, Tani, ich wünsche dir für morgen dir und dein Team nur das Beste, viel Glück und gewinnt das Spiel! Schreibt weiterhin Geschichte und bringt den Afrika-Gab nach Hause! Hop, Gambia! Ja Pam, good luck for the game, good luck to you and the whole team and just need to suffer a tiny little bit more! As you mentioned in the video, that went viral and is all over my Instagram, you guys can do it, believe in it and bring the cup home! Ich wünsche mir am Pamadou viel Glück, Winchel! Ich wünsche dir viel Glück! Viel Glück! Viel Glück! Pa! Modul! Modul! Super! Super! Das heisst, viel Glück! Brudi! Brudi! Ciao Pam, ich hoffe dir und deiner Mannschaft geht es soweit gut! Wir drücken euch für am Samstag die Daumen, ich hoffe ihr entscheidet das Spiel gegen Kamerun, alles Gute! Pamadou viel Glück am nächsten Match, wir glauben an dich! Vamos! Ciao Pam, wir sind so stolz auf dich! Ich hoffe bis zum Finale! Vamos Gambia! Mein lieber Freund, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Glück und Erfolg für das heutige Spiel! Wir sind alle sehr stolz auf dich! Come on Gambia! Ciao Pam! Ich wünsche dir und deiner Mannschaft ganz viel Glück und Erfolg und bring den Pokal nach Hause! Ciao Pam! Heute Spiel gegen Kamerun wird schwierig, wird schwierig, aber nie aufgeben! Und wenn du Penalty hast, schiss du ihn! Viva Gambia! Ciao Pam! Ich wünsche dir und das Team heute viel Erfolg gegen Kamerun! Schwieriger Match, aber nichts ist unmöglich! Kämpft und holt euch den Sieg! Wir alle stehen hinter euch! Viertelfinale, macht weiter so, schreibt weiter Geschichten! Wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Glück! Zeig was du kannst und alles ist möglich! Wir wollen dich im Halbfinale sehen, wir drücken dir ganz fest die Daumen! Und danke nochmals! Wegen dir habe ich jetzt auf Facebook 2500 neue Freunde aus Afrika! Irgendwie haben die mitgekriegt, dass ich dein Trainer bin und jetzt sind sie meine Freunde! Also von daher Dankeschön und wirklich, wir schauen morgen zu! Wir drücken dir fest die Daumen! Viel Glück! Alles Gute Pam! Hallo Pam! Alles Gute und wir sehen uns im Finale! Das ist das das Gründer. Vielen Dank.